Ne? Zaun und wieder ein Weg. Eventuell so. Hier oben haben wir noch Zaun und dann haben wir noch drei Wegfeld. Sam, ich habe etwas Neues. Man nennt es Autogreifer. Das Ding kann deine Kühe und Ziegen melken. Deine Schafe scheren. Ich sage nix dazu. Der macht acht rundherum. So. Ey. Mann, warum geht das hier nicht? Jetzt. Wir müssen demnach doch alle Fälle, die wir noch haben, wegschwurbeln hier, ne? Oh. Ich muss mir noch eine Kollegin schreiben. Nicht, dass die denkt, wir haben... Äh, da... ...dass wir heute alleine fahren, ne? Äh. Weil ich und eine Kollegin fahren zusammen zur Arbeit, aber dann gibt es teilweise Tage, die wir, äh... ...da logischerweise, nicht zusammenfahren können. Ja, hallo? So. Stimmt das, was ich hier bastel? Acht rundherum, acht rundherum, acht... Ja, doch, 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 doch. Das sieht so groß aus hier, ne? Aber das stimmt irgendwie gar nicht. Auch cool. So, dann machen wir aufs gleiche Feld hier. Ähm. Achso. Ja, acht rundherum, hier auch, dann da, dann hier und da. So, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, schade. Hier funktioniere ich auch nicht, weil wir natürlich hier wieder diese... ...wunderschöne... Es war... Oh, 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 16 Uhr hat er nur auf, ne? Okay, wir müssen... Wir upgraden mal unsere, äh... Oh, neuer Hofbucheintrag. Ja, da würde ich mir okay in der Wunder nehmen. Was ist denn das für ein Tier? Das ist sicher einer von, äh... ...von Minenschacht, entflohen. Oh, guck mal, guck mal schön. Ey, ich wünschte, bei uns wäre es wieder so... Es wird ja wieder kälter, also... ...es wird kälter, ja. Hier in der Schweiz auch wieder ein bisschen. Aber ich glaube, der Schnee, das ist... ...das wird nichts mehr bei uns. Schnee ist, glaube ich, äh... ...ein Konstrukt von, ich sag mal, vor zehn Jahren oder so. Dass der Schnee wirklich liegen bleibt. Aber ich wünschte so, es gäbe wieder wirklich Winter wie hier, ne? Wenn doch überall Schnee und... Scheiße, Kupfer, Kupfer, Kupferbahnen. Da müssen wir bestimmt noch Kupfer zuerst zusammenbrauen. Ja, toll. Totale Scheiße. Die Tage fällen gut. Im Wintermonat, äh... ...kaufen ständig nur noch Samen ein. Und sind dann gerüstet fürs nächste Jahr. Oder machen gar nichts. An einer Bushaltese hattest du ein Zufallsbegegnung mit einer seltsamen Person. Als sie dich sah, floh die Richtung statt. Ob sie dort einen Hinweis auf ihr Aufenthaltsort gibt? Die Schatten... Ist das eine Schattenfigur? Okay. Eine Schonnenfigur. Hey. 13 Stück. Bis 16 Uhr hat der Typ offen, ey. Bis wenn wir da sind... Boah. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber ich möchte mal die Axt upgraden. Fünf Erze hat das geheißen, ne? Stand da. Wir haben 13, da können wir jetzt zwei Sachen upgraden. Ich denke mal, die Axt und die Spitzhacke. Das ist so das Wichtigste in meinem Pedo, glaube ich. Axt und Spitzhacke. Hm. So. Axt und Spitzhacke, ne? In ein paar Tagen fertig sein. Oh, das dauert noch Tage. Okay. Das heißt, die haben wir jetzt weg, ne? Okay. Okay. Also wir müssten ein paar Tage darauf verzichten. Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Der erste Tagebrauch. Okay. Oh. Schöner Weihnachtsbaum. Oh Mann. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Winter. Zu schön um war gewesen. Zu schön. Und die Würmer sind immer noch on hier, ne? Die Würmer sind immer noch da. Guck mal. Ach, es ist einfach schön. Wow. Ja gut. Ja, ich bin der meiste der Tage, ne? So. Ähm. Ähm. So. Und nun wird, äh. Mehr gebaut. Oder hier. Dann da. Hier übrigens nichts. Da auch noch nichts, ne? Aber hier. Und hier. Und dann wieder. Soll ich sagen. Wird halt gebaut, ne? Können wir die Sprinkler da hinten bauen? Weil wir haben ja hier. Ja doch. Ja. Ja. Doch, doch, doch. Die können wir. Aber wir können das Holz nicht abbauen. Aber das. Wird ja dann kommen, ne? Hier bringt es nichts. Da bringt es auch nichts. Hier. Hier. Und da. Eventuell können wir die sogar. Können wir sogar schon Zäune bauen? Cool. Also Zäune. Was sage ich schon? Wege natürlich. Ich darf man da nicht. 18 Uhr. 18 Uhr. Okay. Wie lange braucht er, wenn er sagt, die Tage, ne? Es ist so still hier im Spiel. Irgendwie schön. Die Arbeit haben wir jetzt durch, ne? Warum darf ich hier nicht bauen? Aber irgendein scheinbar doofes. Okay. Wir können das nur mit der Spitzhacke machen. Okay, alles klar. Dachte mir schon nicht, doof Mann. Das natürlich nicht geht ohne Spitzhacke. Äh, ohne Axt. Nein, ich... Entschuldigung. Tut mir leid. Ich sage schon mit Spitzhacke. Ich habe ja eine Spitzhacke. Ich Affe. Ich habe ja eine Spitzhacke. Die wollen wir komplett verarschen hier. Die Spitzhacke sind auch nicht auf der Mitte, ne? Aber das wird ja schon was. So. Wenn wir wollten. Ich glaube, ein bisschen Licht und Ordnung wäre gar nicht so schlimm. Gut, anfangs reicht es doch, oder? Jetzt haben wir hier sechs Felder. Die werden dann bestimmt irgendwann mal gegossen. Haben es ausgebrütet. Und nächstes, äh, morgen. Schauen wir mal. Ein paar Tage, ne? Was heißt das überhaupt für den Kollegen? Ich weiß nicht. Vier, fünf Tage? Eine Woche? Bei der Zeit hier wird es wahrscheinlich schon eine Woche sein. Aber... Ich will mal schauen, wie die gießen hier im Winter. Doof, aber ja. Muss das Feld nicht irgendwie beackert werden? Schon wieder eine Info hier. Wollte dich nur über einen neuen Artikel informieren, wenn ich arbeite. An dem ich arbeite. Er wird als Holzhackmaschine bezeichnet. Du kannst damit Holz, äh, Hartholz in mehrere Stücke normaler Holz zerkleinen. Ich weiß, dass Holz im Winter später zu bekommen sein kann. Also wenn dein Vorhang knapp wird, überleg dir einen anzuschaffen. Ähm. Müssen wir den kaufen? Können wir den... Zapf an? Stimmt, das wäre auch noch was. Ne, das war die Schmelze. Okay. Okay, wir haben noch mehr. Wir holen uns mal Saatgut und schauen mal... Jo, wir haben Platz. Wie das Ganze so funzt. Ne? Auch 28 Tage, ne? Aber schön, guck mal hier. Wir betrachten mal die Winterlandschaft hier, ne? Das ist ja mal schön. Verliebt. Also in die Landschaft, das ist... Weißt du... Hörst du... Hörst du das Geräusch? Das Geräusch des Schnees? Schon das. Das ist das Spiel allemal wert. So, komm jetzt mal. 9 Uhr. Ich will dich nicht versauern. Man darf nur zwischen 59 Uhr, äh, totkrank sein, ne? Die Leute sind nicht... ...krank. 9 Uhr, ja, ist wenigstens der Salon offen, damit man sich schon frühmorgens betrinken kann. Wahrscheinlich ist der erste um 12 Uhr offen oder so. Ich, 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 äh... Ja, 12 Uhr. Ja, nichts für morgendliche Alkohol, äh, Kranke hier, ne? Bis der hier oben ist, ist ein bestimmtes Zeug offen hier. Komm, mach mal hinne hier. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich will das lesen, geht aber nicht. Auch der hat das da hinten aufgehängt. Keine Ahnung, was das ist. So, jetzt aber, Pärchen, hallo. Bei Pierre ist es warm. Ja, da hinten ist ein Ofen. Was ist denn hier? Im Winter gibt's nix dann, ne? Ja. Weizenmehl. Schon ein Getreide, das oft mit Gemüse serviert wird. Achso. Öl, Essig. Gibt's nix spezielles, das im Winter wächst, na dann? Scheiß drauf. Man lebt nur einmal im Jahr. Na dann.